ja hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu deponia mein name ist babel witsch und neben mir ist meine unsichtbare kollege bronco kunicka grüß dich branco aber grüß dich auch wollte ich wieder lustig sein ja natürlich willkommen zurück zu deponia und ja zu wundervollen dingen und ja ich habe noch immer keine ahnung ich habe nicht geschaut ich weiß aber noch nicht warum dabei es ist jetzt zwei wochen her wo ich zuletzt aufgenommen habe und ich habe keine ahnung was haben wir denn hier wenn man mit anderen games beschäftigt ist vergisst man hier natürlich die hälfte das ist ganz toll dann gehen wir mal zu unserem roten rufus zurück vielleicht ist ach so genau wir wollten doch irgendwas mit baby poso und wir wollten genau und hier wir wollten wir wollten dinge tun mit bruso und ihm helfen bei seiner therapie dass er wieder normal wird und wir wollten was baby poso und anderen dingen und hier wollten wir auch noch irgendwas machen und genau wir sind der hier nehmen wir sind der hier und wir müssen dinge tun die wir eben tun weil sie tun müssen und ja ich ja gut bandwurm rufus klamotten weil das so ist okay gut dann ja ich habe wirklich keine ahnung mehr okay kommen okay an dem kommen wir nicht vorbei weil wir die kinder noch haben das weiß ich noch so hier oben die june ist auch traurig weil dinge ist oben ist und ja der affe war auch irgendwas und die müssen wir noch schlafen legen und damit war wahrscheinlich reinkommen und dann wir haben so viel zu tun und so wenig zeit und ja was war mit auf natürlich burbel alles klar okay dann ja also irgendwie müssen wir die doch zum schlafen bringen ich habe keine ahnung was das soll aber egal gut zum nachtlager wollen wir noch mal schauen ob das irgendwie geht also ich meine ihr habt doch wohl nichts dagegen als können wir hier irgendwas hier irgendwie muss das doch gehen irgendwie ist denn hier irgendwas was wir hier auch nicht mal das wäre zu schön um wahr zu sein ja fernseher 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 was ist denn los mit dir na los jetzt geh schlafen so rotzis lauf ins zeit aber es ist dunkel und kalt hädchenangst oh ey meckerkatze24.de ja du brauchst doch gar keine angst zu haben das ist doch alles tüfte mann ähm hm ja also ich sag mal so wir müssen irgendwas tun dass äh dinge und so so ja was gibt es leckeres als ein fleisch im teigmantel um 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 genau das richtige zum einschlafen wo sollen wir hier denn schlafen errufen es ist viel zu kalt und dunkel hm lass doch den fernseher an mann was ist denn los mit ihr entweder die wiederholen gerade die zweite staffel von schwarzer bär um mitternacht in seiner höhle oder der kosten es aus nöööööä wir müssen noch irgendwas tun können mann was ist denn hier äh wie war das hier hier war doch irgendwas ja Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Hm, die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Hä, äh, warte mal. Können wir vielleicht? Aber das hat doch... Kein Strom, aber die Gabel passt schon mal perfekt in die Dose. Leider bleibt sie nicht stecken, sonst könnte ich so die Sicherung rausspringen lassen. Ähm... Hey, Hotzis! Ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose darstecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, pappalapapp, das hast du falsch verstanden. Ich hab das schon tausendmal gemacht. Und hat es mir etwa... ...geschadet? Also hopp, hopp. Oh, oh! Und nun? Gut festhalten, warten, gleich gefühlt. Nein! Alter, das können wir doch nicht tun. Alter. Ich will bitte, das tut mir so leid. Oh Gott, das ist doch furchtbar. Oh Gott. Okay, so, äh... Was? Geht das jetzt? Äh... Warte mal, geht das jetzt? Ähm... Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Mädchenangst. Oh, ey. Meckerkatze24.de. Wichtig. Ähm, vielleicht jetzt? Geht das jetzt? Ja, aber wir müssen doch jetzt irgendwas... Wo ist denn, äh, die Antenne jetzt hin? Obere Steckdose, Sicherung, können wir irgendwas tun? Ah, okay. Dann können wir die Sicherung doch jetzt hier unten reintun, oder? Juhu! Okay, okay, okay. Äh, jetzt aber. Können wir... Komm, du gehst jetzt schlafen. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber... Na, na, na. Keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch. Das ist ja cool. Nur damit man das Gesicht nicht sieht. Das ist ja cool. Hansel, kann der jetzt auch reden? Ja, aber wir haben ja nichts zum Zudecken. Wir haben Hormone, wir haben... Ach, warte mal, können wir den Fernseher... Den Fernseher, schlafen wir doch ein, oder? Und was, frag ich Sie, gibt es leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Und, um, 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 wie das dufte? Eine Kochshow? Genau das Richtige zum Einschlafen. Äh, ach, du liebe Zeit, was ist denn jetzt los? Äh, äh, warum? Oh Gott, die Augen sind ja auf. Was ist los mit dem? Holy! Äh. Äh. Äh, hier? Äh. Boah, geht der Fernseher jetzt nicht mehr an, oder? Was ist los hier? Äh, äh, achso. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschgut. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Ah, ja. Ähm, okay, okay, okay. Äh, Antenne wieder hoch. Und, äh, Fernseher an. Ja, und, äh, nun? Was ist denn mit dem? Der hat ja doch gerade noch die Augen auf. Äh. 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 Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Wir haben uns noch nicht zugedeckt. Zudecken? Wie Apfelkuchen? Nein, nicht wie Apfelkuchen. Wenn man Kinder zu Bett bringt, muss man sie zudecken. Wissen Sie denn gar nicht? Eis ich wohl. Wie eine Kalzone, ne? Ei, ei, ei. Ähm, können wir denn jetzt irgendwas mit dem Heizstrahler machen? Nö, natürlich nicht, ne? Können wir hier, äh. Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Wir haben uns noch nicht zugedeckt. Ja, wir wissen doch Bescheid. Äh, äh, äh. Nö, 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 nö. Wie eine Kalzone. Ja, wie eine Kalzone, genau. Le Babygoal. Warum schlaft ihr nicht? Wir haben uns noch nicht zugedeckt. Zudecken? Wie Apfelkuchen? Nein, nicht wie Apfelkuchen. Ja, 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 ja. Da, 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 ja. Wie eine Kalzone, ja, 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 lalalala. Ähm. Ja, aber ich hab doch gar nichts anderes. Was, äh, komm hier. Hormone? Nein! Ach. Ha, ha, ne, tschi. Runter jetzt. Ab dafür. Ich wollte, hier, äh, komm hier, 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 Hormone. Na, liebe Kinder, möchtet ihr ein paar bunte, lustige, verschreibungspflichtige Medikamente? Yay! Yay! Aber Moment mal. Man darf gesunden Kindern doch nicht einfach so irgendwelche Medikamente geben. Ja, natürlich nicht. Weil sie ziemlich teuer sind, ne? Natürlich, das ist der einzige Grund. Okay, okay, okay. Wir brauchen irgendwas, um, aber folgen die uns jetzt, wenn wir jetzt abhauen? Folgen die uns, oder, äh, wie ist das jetzt? Wir sind die Kinder los! Uh, Hexe, wir sind die Kinder los! Hallo! Hallo! Wo nochmal, ungnädige Frau? Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Wo ist dein Anhang? Wer? Ach, die Kekse. Keine Ahnung. Hab mich irgendwo liegen lassen. Aber darum geht's auch gar nicht. Tja! Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Gib mir die 5 Slotty. Wo sind Sie gleich die 5 Slotty? Ich behalte sie. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Aber das ist doch jetzt ein Affe. Was ist denn los mit dir? Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und schön. Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Ja, für warmes Wasser. Äh, äh, äh. Okay, okay, okay. Ähm, gut. Dann, äh, ja. Was ist denn hier mit dir los, Mensch? Was ist denn, äh, was? Was war das denn? Wie die nehmen? Hey, was soll denn das? Lass meinen Fels in Ruhe. Ich dachte, du willst nicht mehr das Öffchen spielen. Will ich auch nicht. Das heißt aber nicht, dass du einfach all meine Sachen klauen kannst. Wer sagt denn was von klauen? Ich wollte dir nur helfen, einen neuen Partner zu finden. Dann bring mir erst einmal die Kobel zurück. Woher brauche ich eh keinen neuen Partner? Äh, hier, du kannst die Kobel haben. Gib mir deinen Hut. Gib mir deinen Hut. Na, endlich. Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo, Bongo. Aber jetzt gibst du mir deinen Hut, ne? Hey, was soll denn das? Willst du jetzt das Öffchen spielen? Kenn mich nicht im Traum drauf. Dann lass meinen Fels in Ruhe. Es sei denn natürlich, du kennst jemanden, der diesen Job übernehmen würde. Mal gucken. Kenn ich jemanden, der gerne in der Gosse das Tanzäffchen für einen Affen spielen will? Ich würde dir auch meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision geben. Vielleicht fällt mir doch jemand ein. Zeig ihnen den Fels. Er ist das einzig Coole an dem Job. Ah, warte mal, warte. Oh, den Wink hab ich verstanden. Okay, okay, okay. Den Wink hab ich verstanden. Bitteschön. Äh, hier. Was soll das denn? Ich mach mich zum Affen. Dann haben sie ihren Willen und könnten mir eigentlich ihre 5 Slotty geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein. Keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. Näh. Okay. Äh, ach, warte mal, können wir den... Der Job ist Mist, aber der Hut hat was. Ja, aber, äh, hm. Hä? Ich dachte... Äh, wo haben Sie jetzt den Vettel? Wofür brauchen Sie gleich die fünf Slotty? Ich behalte sie. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Hm, ja, das hätte ja klappen können. Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal, ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Ja, hast du wieder... So, ne, hast du wieder, hast du wieder, hast du wieder. Hier, nimm ihn, hier, Pfandhexe, Pfandhexe, hier, was, äh, äh, hier. Was soll das denn? Ich mach mich zum Affen. Dann haben Sie Ihren Willen und könnten mir eigentlich Ihre fünf Slotty geben. Also, für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein, keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. Hm. Okay, so klappt das anscheinend nicht. Gut. Aber was machen wir jetzt mit dem? Das ist jetzt die große Frage. Naja, ich würde sagen, wir, ähm... Ja. Äh, wir sollten jetzt aber eigentlich in die Bar kommen, oder? Äh, 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 du hast gesagt, ich komme hier nicht rein, solange ich die Kinder im Schlepptau habe. Dann hast du ja doch Ohren. Nur dazwischen herrscht Durchzug. Ich verstehe das Problem nicht. Darf ich jetzt rein oder nicht? Nein. Ja, aber... Warum denn nicht? Ich... Nein! Ach, du Hacke. Was hat das zu bedeuten? Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr schlafen sollt? Uns ist immer noch kalt. Wir müssen uns zudecken. Zudecken. Wie soll ich euch denn zudecken, Pfadab nochmal? Ihr geht es alle wieder ab dafür jetzt. Was ist denn los mit euch, ey? Also, die Kinder von heute, ne, nicht mehr erzogen, wenn die Erwachsenen was sagen. Also, Leute, so... Kann ich hier... Komm, hier, du wirst doch hier mit. Komm. So, es wird Zeit, dass ihr auch mal ein bisschen Geld ins Haus bringt. Ich habe genau das richtige Jobangebot für euch. Aber Herr Rufus, Kinderarbeit ist doch verboten. Ja, wozu seid ihr denn überhaupt zu gebrauchen? Ja, blöde Frage. Zu nichts. Genau, so sieht es aus. Mein Gott. Oh, komm. Okay, dann muss ich die jetzt wieder wegschicken. Ähm, ja. Das. Ach, dieses Mal bleibt ihr gefälligst hier, verstanden? Ja, Onkel Rufus. Ja, Onkel Rufus. Onkel, Onkel, Onkel. Onkel, Onkel, Onkel. Ein Traum, ein Traum. Wunderbar. Okay. Ja, so wird das nichts. Ähm, ja. Das, äh, okay. Das scheint nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Auf jeden Fall hat dieser Fates noch irgendwas zu bedeuten. Ähm, können wir den, ähm, den hier ihm geben? Ja, ne? Oh, ich muss niesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Nase. Ah. Ähm, okay. Dann gehen wir mal rüber. Und schauen mal, was wir, äh, mit dem Hut machen können. Ich wüsste nur nicht was. Also, äh, so. Ja. Ja, ich hab keine Ahnung. Ähm. Also, wir müssen doch irgendwie... Äh, warte mal. Willst du vielleicht hier... Komm hier. Die Moogs wollen den Hut bestimmt. Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen sauberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Jo, so sieht's aus. Okay, gut. Dann, äh, ja. Schauen wir mal. Also, irgendwie müssen wir Boso doch hier mal aus der Reserve locken. Ähm. Ja. Weil... Kann ja nicht sein. Hm. Komm hier. Du willst doch hier, oder? Komm hier. Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein. Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein. Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Ja, ähm. Willst du den Fähz? Los hier. Momentan ist er nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig. Er hockt nur da, glotzt in die Luft. Und murmelt unverständliches Zeug. Er könnte noch Spieleautor werden. Ja, aber irgendwas müssen wir doch machen können. Das ist doch nervig. Äh. Komm hier. Hier. Komm. Ja, ja. Schon gut, alter Brummbär. Hm. Dann eben so. Ja, ja. Schon gut, alter Brummbär. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ja. Schon gut, alter Brummbär. Ja, genau. Okay. Ähm. Oh, Leute, Leute, Leute. Was machen wir denn jetzt mit dem blöden Baby? Entschuldigung, aber ist doch so. Was sollen wir mit dem Baby machen? Keiner will das Baby. Mann. Es ist das Baby. Ihr müsst es lieb haben, Freunde. Was ist denn los mit euch? Oh. Nee, nee, nee. Also irgendwie ist hier der Wurm drin. Das muss ich ja mal sagen, ne? Hm. Komm, hier, hier wollt ein Baby. Los, hier wollt ein Baby! Hey, Gun, willst du mal ne voll coole Geschichte hören? Hey, während der Arbeitszeit wird nicht mit dem Personal gesprochen. Es sei denn, es geht um... Teigtaschen. Genau. Gut machst du das. Teigtaschen. Komm, dann willst du doch sicher den lustigen Hut hier. Komm. Hey, Gun, willst du mal ne voll coole Geschichte hören? Ach ja, jetzt geht das. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ist ja gut. Immer diese gleichen Dialoge zum 180. Mal. Komm. Irgendwas müssen wir doch tun. Achso, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber gut. Ähm. Hab ich mich verkriegt. Ähm. Barry! Das haben wir echt cool durchgezogen. Meinst du? Na klar. Ich habe das Kind gerettet. Und du? Du kannst es bezeugen. Hm. So dumm, dass ich mich kaum an etwas erinnere. Ja, aber komm. Du willst... Hier. Hier! Das haben wir echt cool durchgezogen. Meinst du? So dumm, dass ich mich kaum an etwas erinnere. Ach man, was ist denn hier... Komm, wie müsste ich... Ist hier irgendwas? Ist hier sonst noch irgendwas? Leute, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? So, komm hier. Du willst ein Feet. Los jetzt. Er hat schon einen Job. Er ist mein Biograph. Hab ich ihm das überhaupt schon gesagt? Egal. Er kann es ja nachlesen. Genau. Du willst ein Feet. Los. Hier, komm. Du willst ein Feet. Du bist unglücklich. Du willst ein Feet. Er sieht grimmig aus. Es sei, ich störe ihn nicht. Na doch. Der will jetzt gestört werden. Das sieht man ganz genau. Los. Hier. Er sieht grimmig aus. Es sei, ich störe ihn nicht. Doch, doch, doch. Ach Leute. Was ist denn hier los? Ey. Komm. Das muss doch irgendwie zum Machen sein. Verdammt nochmal. Was haben wir hier? Etwas gegen die Kälte und Dunkelheit finden. Zudecken. Ja, aber wie denn zudecken? Füttern. Wen füttern? Hinweis. Äh. Okay. Goon und June helfen. Äh. Goon und June irgendwas. Bla 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 bla. Och Leute. Das ist doch nicht normal. Äh. Heldenbild. Heldenbild. Was haben wir hier? Niedliches Tier. Mh. Das haben wir hier. Elysium. Och. Ich weiß doch nicht weiter. Was haben wir hier? Psychopharmaka für Bonso Besorgen. Äh. 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 Ich habe keine Ahnung.